Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und habe ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Warum ist es okay? Hi Jeff. Steppi. Wir haben... Steppi. Steppi ist im Freundeskreis und da haben wir uns ein bisschen auseinanderkennen. Damit herzlich willkommen. Es wird mal wieder Zeit. Ja, die Runde ist schon ein bisschen gestartet und viele neue Gesichter. Eisbox hat ein paar mit rübergebracht, dass die Runde auf jeden Fall stattfindet. Und das kann ein Fehler sein, aber ich muss doch meine Valorant-Partnerin das Schild geben. Weil sie kann gut schießen und dann tötet sie mich erst später, hoffe ich. Von daher ist das okay für mich. Die ist sich schon mal nicht, obwohl sie hier reingerissen ist, ne? Das ist nicht kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das jetzt waren, ne? Ich muss gleich nochmal zählen. In der Situation. Hier kann man nicht sagen. Ähm, 3, 6, 8, 0. Ich schaue mir, der hat ein Problem. Wo hat sie geschrieben? Die kann man nicht rein ins Spiel und Chris ist leider gerade weg. Also ich habe gerade im Endeffekt von meiner grundenen Freunde einfach alle verpasst. Und, ja. Oh, Lego hat sich geändert. Hat er sich verdrückt. Passiert auch nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel. 2 Impostor dachten, das ist noch Layover, oder? Weiß nicht, was sie da... Passiert auch nicht, was sie da... ganz komisch erlaubt weg okay es gibt den feeder der deutsche die kubber drüben kira du kannst nur wir haben den vulture mit bei oder den cleaner weiß nicht bei sg steffi ist schon länger tot und trick sie ist eigentlich das liegt erst angemacht glaube ich und die gewahr auf jeden fall in der nähe tricks sie und ich haben zusammen das licht angemacht doch gott sei dank nicht mit es ist wieder sie ich gehe zu schnell weg ich verkauf sie jetzt mir egal ich gehe zu ich gehe zu ich verkaufe sie weil sie es verdient oder sterbe akira den kill macht wow okay der kill an eis war sehr unlucky den habe ich auf camps gesehen also aki ist auf jeden fall schon mal einzig glaube also ich würde sagen lego ist safe ehrlich gesagt weil mit dem war ich in lab und danach war der in specimen und ist da auch nicht mehr rausgekommen kann mich irgendwer rausnehmen ich bin voll verkackt bei simon 6 nein entschuldige wo wurde die maschi der war noch im camps wo liegt die leiche liegt quasi in dem vorraum bei der bei der mülltask und eis liegt unten bei denen bei den wasserrädern ich wollte gerade eigentlich als sie reporten aber dann lag halt die leiche von marschie direkt davor also waren die wahrscheinlich lover und akira hat einfach eingekillt und beide sind umgefallen oder wie oder einer war sheriff und hat auf irgendwen geschossen das könnte auch sein ja mal drei totes könnte auch sein dass wir zwei imposter drin haben und einer killing roll noch extra oder kann ja keiner killen der jackel haben wir aus ok ok also können wir aber dann haben wir auf jeden fall schon mal bei uns er sagt er auch nicht dann habe ich halt nicht weiß jetzt ist deine chance sich zu verteidigen also jetzt ist es zu spät wo sie dich zumindest noch selbst kommen oder deinem poster kollegen dann wissen wir wer der zweite schmiert sich einfach wieder im brot ich werde mit ich dachte das mache eigentlich nur ich sich was zu essen machen ich mache mir voll ob doch zwischendurch tappen kuchen oder so das sind kuchen ist eine gute idee das muss ich mir merken gut oder weil es so schnell geht ja normalerweise räume ich halt in meine küche auf oder so okay das fand wichtig auch okay rede doch noch lauter die geräusche her ich fühle ich dass wenn er die rollen noch nicht so gut kennen das ist ja auch ein poster wieder die gegessen diese kleine jetzt verkauft hast du ein glück gehabt ein glück gehabt das ist welchen das ist man wenn es keine oder woher das ist ich bin das ist die Die Runde eine Runde ging ja so schnell vorbei. Jetzt hat sie gewonnen. Das war es auch schon mit dieser Folge, aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt wenden, killen und niederschnitzeln. Bis dann! Die Runde